Sie sehen eine mit einem Seil umschlungene Rolle. Wie besprochen, sind bei angenommener Reibungsfreiheit die beiden Seilkräfte stets gleich groß. Verschieben wir die beiden Seilkräfte in den Lagerpunkt A, erst entlang des Seils, dann quer zum Radial, dann treten infolgedessen die Verschiebemomente S1 mal R sowie S2 mal R auf. Da die Verschiebemomente entgegengesetzt gleich groß sein müssen, heben sie sich stets auf und wir erhalten die hier gezeigten mechanisch äquivalenten Verhältnisse. Bei einigen Systemen ist dieser Umstand äußerst nützlich.